So, danke Oculus-Menü. So, kann ich ja jetzt schon... Achso, warte mal. Wie lange will denn das denn... Jetzt habe ich gerade einen Bug, dass alles nur rot ist, als wäre ich noch im Sterbe-Dingsbums. Also, wenn wir jetzt mal aufhören, Oculus-Menü... Das Spiel scheint ein bisschen Probleme zu haben mit dem blöden Menü. Aber gut, wird Blüste machen. Vielleicht ist es wieder weg nach dem Ladebildschirm. Vielleicht bleibt es auch, bis ich die erste gescheuert bekomme. Bisschen nervig ist es. Ja, komm. Äh, fahr da so rum. Kann mich ja jemand tippen, damit das Rote aufhört. Dankeschön. Ein Mini-Kristall-Dingsbums. Was ist das? Du auch. Lebt hier noch einer? Ich höre irgendwas. Hängt ja immer nur in der Luft rum. Zack, weg. Gut, das ist überhaupt nicht verpackt, das ist heute. Erstmal ging das einmal in frei. Naja, wer weiß. Langsam, langsam. Headshot. Ey, die haben schon riesige Köpfe und trotzdem schaffe ich es nicht jedes Mal. Das auf mich zu beschmeißen. Der schützt seinen Kopf. Das ist gar nicht mal doof gemacht. Das sind die Idioten. Wie viel kommt denn hier noch? Der wollte mal... Wir haben einen ganzen Friedhof. Ein Weckdoll-Friedhof. Ist da noch einer? Gut, hätten wir das. Ich glaub's ja nicht. Wurde die überall rumgimpen. Klingt auch lustig. Weckdoll-Friedhof. Ich gehe davon aus, hier kommt es gleich von hier. Natürlich. Was ist das? Ist auf jeden Fall einfacher mit einem Bogen. Aber ist auch nicht. Ich hätte gerne mal die zwei Armenbrüste benutzt, aber das Spiel lässt mich ja nicht. Kommst denn du schon wieder her? Au. Gibt's doch nicht. Warum lebst denn du noch? Ist du so eine Art Mini-Boss oder was? Oh, keine Wegfindung mehr. Äh. Okay. Schwein gehabt. Das war knapp. Jetzt kommen sie wieder. Na endlich. Okay. Ich finde das brutal nach Hause. Wann wird das gemacht? Okay. Ist das dein Ernst? Das tut vielleicht mal weh? Mal sehen, ob hier oben schon jemand auf mich wartet. Sieht nicht so aus. Doch. Es kommen noch mehr. Ein Hinterhalt. Spannerei. Kriegst du wieder ein Pfeil mehr drin. Jetzt erst mal das blöde Portal finden. Portal. Mal. Gleich dorthin. Na gucken wir mal. Noch mehr. Sieht ganz gut aus, dass das die Pfeil hier hinten ist. Aber der Ballon. Die Arne Schlimmes. So arschklar. Träcks Ballons. Schnell durch, schnell durch, schnell durch. Träcksack. Träcksack. Oh. 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 Ob ich die Leute mit dem Schild umhauen kann, habe ich noch gar nicht getestet. Noch ein Weckdoll-Friedhof. So, jetzt aber Ruhe hier. Träcks Ballon. Ja, da muss ich hin. Aber immer mit der Ruhe. Mir geht's in der Birne rum. Ich hoffe, es wird irgendwann mal besser. Also, es ist schon besser geworden zum Anfang. Da war es richtig schlimm mit der Seekrankheit. Schnell. Aber. Ja. Es nervt immer noch. Was ist das für ein Ding? Ich glaube, du solltest nicht hier sein, Stein. Äh. Watte. Wo seid ihr hin? Irgendwas scheint ja nicht ganz zu funktionieren durch die blöden Steine. Das ist vielleicht schlecht gesetzt bei den Portalen. Hey. Immer schön auf den Kopf. Okay. 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 Da ist mein Portal offen. Ja. Und jetzt spawnt auch nichts mehr. Sondern. Hey. Hör auf damit. Da sollte man sich wahrscheinlich nicht reinstellen. Das spielt Probleme damit. Das ist einfach. Da spawnen die Gegner einfach. Na gut. Durch Bug-Using das Level einfach geschafft. Ungewollt. Oder besser gesagt. Nicht so gedacht. So eins haben wir noch. Dann kann ich meinen Kopf erstmal eine Pause gönnen. Oh. Oh. Spür Wie viele gleich gekommen Oh Was ist denn das? Die können durchballern oder was? Können wir das mal lassen? Eins auf den Kopf Und eins auf den Kopf Gut, der sagt mal Ruhe hier Das ist natürlich ein gemeiner Anfang Das Level ist ziemlich klein zum Glück So, mal gucken Da werden die Portale bestimmt wieder hier eins landen Wieder mitten in den Brocken drin Na, mal gucken Natürlich Go, 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 go Und wieder hängen die Brocken drin Wenn die sind bloß Deko, das ist mir schon klar Aber die Deko hängt komisch Ähm, ja Danke Kamera Ich bin wieder im toten Winkel oder so Dann machen wir das so Überall Ballons Hier ist spawned wohl nix oder was Tolle Wurst Ich sehe nichts Durch den blöden Stein Er hat man für seinen eigenen Buguse bestraft Äh Ich glaube, der ist schon tot Deine Sterbeanimation funktioniert nicht richtig Er bewegt sich ja noch Wow WTF Ist ja gut Ist Ruhe hier Oh, ist wieder alles despawnt Ich mache mir das irgendwie zu einfach gerade Aber gut Gut, hätte ich das auch geschafft Damit ist die erste Welt wohl Weit fertig Oh, so wollte ich das nicht Kann ich da jetzt einfach hindrücken To Nordhall Ah, okay Jetzt bin ich dort oben Statt hier Okay Ist auch eine neue Waffe Hier auch Ich nehme zumindest an Dass das Waffen sind Ja Dann ist erstmal Schluss Mit dem Let's Play Und Ja Tschü